Moin, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute habe ich ein kleines Video für euch, bei dem ich euch von meiner Hassliebe zu Twilight Imperium 4 erzählen möchte. Wir haben vor kurzem eine Partie hinter uns gebracht mit der Erweiterung Prophecy of the Kings und diese Partie hat lange in mir nachgeheilt, sodass ich mich entschlossen habe, mal ein kleines Video zu machen, warum ich dieses Spiel so sehr liebe und warum ich dieses Spiel gleichzeitig aber auch so sehr hasse. Auf geht's! Grund Nummer 1 ist die Downtime. Die Downtime kann in Twilight Imperium 4 extrem groß werden. Es kann sein, dass man mal 30, 45 Minuten oder auch eine Stunde lang quasi nichts macht. Man guckt den Spielern dabei zu, wie sie ihre Züge machen und das kann doch extrem nerven. Aber Downtime ist bei Twilight Imperium 4 nicht gleich Downtime. Wenn natürlich der Mitspieler bei der Produktion viel zu lange braucht, um einfach nur sein Plastik auf seine Planeten zu verteilen oder auszurechnen, wie viel er denn jetzt noch produzieren kann und das liegt dann meistens daran, dass die Leute es einfach nicht so oft spielen und dass es deswegen so lange dauert, dann ist es extrem nervig. Wenn ich aber nichts zu tun habe und mitbekomme, wie meine Mitspieler sich in Diskussionen, in Sackgassen verstricken, in Widersprüche verheddern oder irgendwelche coolen Schlachten gekämpft werden, die dann am Ende legendär werden, dann muss ich sagen, macht mir die Downtime extrem viel Spaß. Außerdem kann ich in der Downtime eigentlich immer meine geheimen Pläne schmieden und meine Strategie noch weiter verfeinern, sodass es eigentlich okay ist, so viel Downtime zu haben. Aber das erkläre mal jemandem, der nicht so gerne auf Downtime steht. Grund Nummer 2 sind die Regeln. Twilight Imperium 4 hat ein extrem komplexes Regelwerk. Und zum einen muss ich sagen, ich hasse dieses Spiel, weil es einfach eine extrem unnötig schlecht aufgebaute Regelanleitung hat. Ich finde, dass in der Anleitung viele Basics erklärt sind, aber wenn man die wirklich wichtigen Fragen stellt, dann muss man immer in irgendeinem Extraheft gucken. Und dann weiß man immer nicht, okay, steht die Regel jetzt in dem Extraheft oder steht sie in der Anleitung? Das Regelwerk ist so komplex, dass wenn man als Gelegenheits-TI4-Player nicht irgendwie Regel XY 28430 irgendwie richtig im Kopf hatte, seinen Zug andauernd neu planen muss, weil man irgendwie irgendeine Kleinigkeit schon wieder nicht beachtet hat. Das stört mich sehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Regeln haben alle Eventualitäten abgedeckt. Keine Frage bleibt eigentlich offen und man findet immer die Lösung auf das Problem. Das ist extrem cool, weil man dadurch wirklich viel planen kann und extrem wenig dem Zufall überlassen wird. Und man muss nicht ständig irgendwelche Sachen interpretieren und sich einigen auf etwas, weil die Regel es eindeutig vorgibt. Trotzdem muss man andauernd in dem Regelwerk nachschlagen und es nervt. Aber mich wundert es tatsächlich, dass unsere Anleitung noch in einem so guten Zustand ist. Deswegen, die Regeln sind cool und ich liebe dieses Spiel für die komplexen Regeln und dafür, dass alles so genau beschrieben ist. Aber sie sind so kompliziert und so komplex, dass man viel zu viel Zeit während des Spiels damit verbringt, Regeln nachzuschlagen oder zu klären. Grund Nummer drei ist die Spieldauer. Eine Partie Twilight Imperium 4 dauert einfach lange. Egal ob man nun mit vier Leuten spielt, mit fünf Leuten oder auch mit Vollbesetzung oder der Erweiterung. Eine Partie dauert einfach mindestens fünf Stunden und kann einfach auch bis zu zwölf Stunden dauern. Das muss man sich bewusst werden, wenn man eine Partie anfängt. Aber auf der einen Seite feiere ich das Spiel dafür, weil man langfristig Strategien entwickeln kann. Und wenn diese dann am Ende aufgehen, dann kann ich nur noch sagen, wie geil ist das denn? Aber trotzdem bleibt immer nach jeder Partie dieser Beigeschmack, dieser acht Stunden, die ich gerade an dem Tisch gesessen habe. Ich habe mich wenig bewegt, ich habe viel Schrott gegessen während der Zeit. Und dann frage ich mich immer, was hätte ich in diesen acht Stunden eigentlich alles so machen können? Was hätte ich da alles noch spielen können? Und da habe ich immer so einen Nachgeschmack nach jeder Partie, bei der ich mich immer fragen muss, Ist es das wert, so lange ein Brettspiel zu spielen? Grund Nummer vier ist die Atmosphäre. Twilight Imperium 4 hat eine extremst coole Atmosphäre. Es steht und fällt aber mit der Gruppe, mit der man das spielt. Ich spiele für meinen Teil immer mit den gleichen Leuten, weil ich diese dann einschätzen kann, weil ich auch genau weiß, dass sie mir nichts übel nehmen, wenn ich mal im Spiel irgendwo reingrätsche und vielleicht mal was sage, was ich außerhalb des Spieles nicht sagen würde. Und das ist extremst wichtig. Mir ist es wichtig, dass das, was am Spieltisch in so einem sehr komplexen und sehr interaktiven Spiel geschieht, auch am Spieltisch bleibt. Es kann einfach heiß hergehen am Spieltisch. Es werden Allianzen geschmiedet. Es kann sich mal in den Rücken gefallen werden. Und die Stimmung kann ganz gerne einfach mal schnell kippen. Es können Sachen gesagt werden, die man vielleicht nicht so meint. Es können Sachen falsch verstanden werden. Und es kann einfach eine etwas giftige Atmosphäre entstehen. Und für diese Momente, wenn man zur beleidigten Leberwurst wird oder ein Groll gegen jemanden hegt und deswegen vielleicht nicht so spielt, wie man spielen würde, wenn man das nicht täte, nämlich für sich, um zu gewinnen, dafür hasse ich dieses Spiel. Ich mag diese negative Atmosphäre dann am Tisch nicht. Und ich habe das Gefühl, bei Twilight Imperium kann man es nicht verhindern, dass innerhalb dieser sehr langen Zeit, an die man am Tisch sitzt, diese negativen Momente aufkommen. Aber grundsätzlich hat das Spiel eine grandiose Atmosphäre mit allem Drum und Dran, was dazugehört, mit allen Interaktionen, mit den Aktionen an sich. Das Ganze drumherum bietet eine tolle Atmosphäre und dafür liebe ich es. Grund Nummer 5 ist Megatollrex. Dieser eine Planet in der Mitte der Galaxie, der so unendlich wichtig erscheint. Ich habe mich lange gewehrt, in meinen strategischen Gedanken diesen Planeten mit einzubeziehen, habe in den vergangenen Partien mich immer dagegen gewehrt, auf diesen Planeten zu gehen oder irgendwie was mit diesem Planeten zu machen und ich bin jedes Mal gescheitert. Und in der letzten Partie, die ich gespielt habe jetzt, habe ich es gewagt, den einen Punkt mir aus Megatollrex zu holen, in dem Moment, wo man ihn als erstes Mal einnimmt und genug Einfluss ausübt. Und was will man sagen? Ich habe die Partie tatsächlich am Ende gewonnen. Und dafür hasse ich dieses Spiel, dass es mir gezeigt hat, dass ich es machen sollte. Und ich liebe dieses Spiel dafür, dass ich es in den nächsten Partien wieder versuchen werde, ohne Megatollrex zu schaffen, meine Konkurrenten auszustechen und meine Wirtschaft so gut aufzubauen, so tolle Handelsbeziehungen aufzubauen, um am Ende die meisten Punkte zu erlangen. Ich werde es irgendwann schaffen, ohne Megatollrex dieses verdammte Spiel zu gewinnen. Letzten Ende ist es Twilight Imperium 4 ein grandioses Spiel und jedem, dem komplexe Spiele nur einigermaßen Spaß machen, dem empfehle ich einfach, probiert dieses Spiel aus. Es ist ein Erlebnis. Ihr müsst es nicht mehrfach spielen, aber ihr müsst es einmal ausprobiert haben, um dieses Gefühl, Twilight Imperium zelebriert zu haben, einmal nachvollziehen zu können. Ich freue mich jetzt schon auf meine nächste Partie, Twilight Imperium 4. Ich werde meine Hassliebe zu diesem Spiel festigen. Und ich freue mich vor allen Dingen über eure Comments. Erzählt doch mal, was war denn euer Hassliebe-Moment in Twilight Imperium 4, falls ihr es schon mal gespielt habt. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Es ist bestimmt was Interessantes und auch teilweise Lustiges dabei. Ich bin gespannt. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützt und wenn ihr auf jeden Fall auch ein Abo da lasst, damit ihr kein weiteres Video mehr hier auf meinem Kanal verpasst. Und falls ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, schaut doch gerne noch ein weiteres Video hier auf meinem Kanal. Ich hätte hier zwei Vorschläge. Einmal ein gespielt Video aus den letzten Tagen und Wochen und hier unten noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Ist vielleicht was für euch dabei. Schaut einfach mal. Ansonsten habe ich auch noch ganz viele andere Videos auf meinem Kanal. Stöbert einfach mal durch und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin sage ich, ciao, ciao.